Ah, da ist voll dunkel hier, erstmal Licht machen, BÄM, und BÄM, und BÄM, so, jetzt sehen wir wieder was, jetzt nehme ich mal den Spezialkarabiner, mal ein bisschen Licht, ist ziemlich dunkel hier unten, ich habe irgendwie das Gefühl, hier steht hinter jeder Ecke irgendjemand, mal gucken, ob es mit den Taschen aber auch funktioniert, äh, ja, aber ich glaube, ich nehme lieber den Spezialkarabiner, ist besser, hallo, wo geht das jetzt nicht, falsche Waffe ausgewählt, ja, jetzt geht's, oh, komischalig, oh, ich dachte, krass, Ui, das ist irgend so ein Minenschacht hier unten, überall Rohre und stehen Fässer rum, ich gehe mal links lang, ja, gruselig, uuuu, hier soll angeblich irgendein Geist spugen, deswegen habe ich mich mal hier runterbegeben, und suche den jetzt einfach mal, ich bin mal gespannt, wow, gruselig, sehen tue ich aber noch keinen Geist, ah, der könnte hier jeder, hinter jeder Ecke stehen, das ist very, very scary, und ich habe keine Ahnung, wo ich langlaufen soll, ich werde jetzt einfach mal hier reingehen, mal schauen, ob hier irgendwas ist, wow, der Geist könnte hinter jeder Ecke stehen, okay, da ist eine Mauer, na, geht aber nicht kaputt, wie es aussieht, wow, 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 oh Gott, ich dachte gerade, what the fuck, hier scheint auch nichts zu sein, wo ist der Geist, ich finde ihn nicht, was ist da los, okay, wo geht es hier lang, geht es hier irgendwo weiter, gruselig, und jedes Mal, oh Gott, was war das, Truhe, ist da was drin, nee, okay, da steht es wieder leer, wo ist der Geist, nicht, dass der jetzt mich irgendwie anspringt, so, wow, oh Gott, Hilfe, oh Gott, oh Gott, wieder, Hilfe, wow, Ist da irgendjemand? Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Hallo? Okay, da steht auch keiner zu sein. Gehen wir hier lang. Gruselig. Ist da irgendjemand? Hallo? Gott. Hilfe. Da ist der Ausgangsruhe. Warum ist das Ding wieder zu? Ich habe es gerade mit dem Auto gekommen. Ich bin kaputt gefahren. Ich komme nicht mehr raus. Nicht, dass ich jetzt von dem Geist von hinten so attackiert werde. Ich muss jetzt erschießen, bevor der Geist da ist. Jetzt geht es wieder nicht kaputt. Das ist wieder richtig klasse. Ich komme nicht raus. Hilfe. Es geht wieder nicht kaputt. Ich hasse es. Schnell. Nicht, dass der Geist kommt. Damit kann ich nicht probieren. Bitte geh doch einfach kaputt. Komm schon, bitte. Ah, da war irgendwas. Ich habe es gesehen. Ganz genau. Da war irgendwas. Ah, ah. 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 Ah